Willkommen bei Connected Cooking Lifehack. Deine Quelle für verblüffend einfache Lösungen. Heute zeige ich dir, wie du ein Dashboard erstellst. Wir starten auf unserer Connected Cooking Website. Dort gehen wir auf Gerätemanagement, Meine Geräte und auf Dashboard. Klicke auf den roten Button Neues Dashboard. Nun werden wir in der Eingabemaske aufgefordert, einen Namen zu vergeben. Aufgrund dessen, dass ich die kostenpflichtige Pro-Version Ressourcenmanagement habe, kann ich zwischen Standard-Dashboard und Ressourcenmanagement-Dashboard wählen. Durch die Erweiterung Ressourcenmanagement hast du die Möglichkeit zur vereinfachten Prozessüberwachung und Steuerung. Weitere Informationen findest du auf unserer Website. Für das Video wähle ich jedoch die Standard-Version aus und klicke auf Speichern. Klicke jetzt in der oberen Leiste auf dein erstelltes Dashboard. Gehe jetzt auf Dashboard bearbeiten. Wenn du nun ein Widget hinzufügst, öffnet sich eine Eingabemaske. Aufgrund dessen, dass ich in diesem Widget einen Überblick über meine Garprogramme haben möchte, trage ich den Titel Garprogramme ein. Anschließend wähle ich die Darstellungsart aus. Hier habt ihr verschiedene Optionen. Wie die verschiedenen Varianten dargestellt werden, seht ihr auf der rechten Seite. Nun wähle ich Garprogramme aus. Bitte beachtet, dass ihr euren Rational iCombi Pro oder Self-Cooking Center vernetzt haben müsst, um mit den Dashboards zu arbeiten. Unter Eigenschaften kannst du dich entscheiden, welche Daten angezeigt werden sollen. Wähle jetzt die Gruppe aus, aus welcher du die Daten haben möchtest. Zum Schluss nur noch den Zeitraum angeben, welcher dargestellt werden soll. Aufgrund dessen, dass ich wissen möchte, wie viele Garprogramme im letzten Monat abgeschlossen wurden, entscheide ich mich für die Option Letzter Monat. Und schon bekommen wir rechts eine Vorschau, wie das Widget aussieht. Wenn du zufrieden bist, klicke auf Widget hinzufügen. Und so einfach geht es. Dein Connected Cooking Team wünscht dir viel Spaß.